Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News und dann hören wir auch schon wieder auf. Okay, tschüss. Ciao, ja. Leute, ich mag bei diesem blöden Ding, das sind so schlechte Skins gerade hier drin. Na gut, auf der rechten Seite wird es dann besser. Also, okay, also wir fangen jetzt einfach mal an. Nacht die Nacht! Juhu! Night Night heißt er bei dir. So, ja, also von mir, sorry, sowas derartig, sorry, geschmacklos, sieht aus, als wäre er direkt aus Bloons raus entsprungen. Davor würde sich sogar E's erschrecken, glaube ich. E's. E's haben wir früher immer gesagt. So, 0 von 10. Also, du musst dir noch zeigen, hast du da diesen Special da, ne? Ja, aber 0 von 10? Ja, 0 von 10. Ich gebe dem 6 von 10. Was? Ja. Warum das denn? Weil der ganz cool aussieht. Okay. 6 von 10. Also, dann haben wir die Pika-Woo. Der, ich finde die Anfangs-Erwicklung überhaupt nicht gut, aber dann das nächste finde ich mega geil. Also, da gebe ich dann, ja, das sieht noch ein bisschen besser aus, gebe ich 8 von 10. So, willst du mich verarschen? Warum? Hä? Hä? Ich muss mal bei dir, glaube ich, irgendwie Fieber messen. Nein, beide 0, beide 0, beide 0. Ich muss, glaube ich, mal Fieber messen bei dir oder was? Beide 0, beide 0, beide 0. Acht von 10? Beide 0. Ja, das ist ja, das ist ja jetzt, also jetzt hast du mich aber geschockt hier. Also, ich habe den gleichen Termin beim Arzt gemacht. Okay, auf. So, also. Death Valley, da habe ich 7 von 10 München. 7 von 10, ja, definitiv. Ne, ja, 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 7 von 10 ist gut. Dann absolute 0, 8%. Ja gut, ich finde, da wir ja nach wie vor keine Arctic Area haben, finde ich, 6 von 10 reichen auch voll und ganz aus. Okay, dann, step it up. Ja. Step it up. Warte mal, das Witzige ist, Leute, ihr könnt nur mal meine Tänzen. Der Michael Flatley ist da, der Michael Flatley. Yeah, do a little jig. Vielleicht, ihr könnt, Leute, ich möchte mal was, das muss ich einfach ganz kurz aufnehmen. Machen wir den Riverdance. Warte mal, Leute, hier. Hier. Was machst du da gerade? Oh, den Riverdance. Äh. Hä? Okay. So. 10 von 10. Ja, sehe ich ganz genau. Dann Fancy Feed. Fancy Feed, ja, Mann. Und? Äh, sind meine Punkte? Ja. 8 von 10. 8 von 10 bei Fancy Feed. Ich gebe dem Ding auch 8 von 10. Also heute sind wir uns eigentlich relativ einig, muss ich sagen. Echt? Ja. Ja, stimmt schon, bei den Clownskins, da. Ja, ja. Also heute sind wir mal nicht unterschiedlicher Meinung. Und Garyson, da werden wir unterschiedliche Meinungen sagen. Nein. Das ist einigsteitum. Ja, dann sag mal, hau raus. Also ich fange an, ich finde den Skin grausam. Mhm. Äh, für 800 Biwax ein komplett schlechter Preis. Es ist, der ist nicht über 100 Biwax wert. Das ist auch ein klassischer Granny. Das ist schlimm. Das ist auch ein klassischer Granny. Also ich gebe dem 0 von 10. Ah, dem gebe ich halt 2 von 10. Okay, das ist aber untertitelmeinung. Ja, aber nur minimal. Ja. Und ihr bettet das Tier ist, dann gebe ich 10 von 10. Okay. Wenn es euch fallert. Weil es sind 10 Stufen. Ja, ja, ja. Okay. Also wenn es euch fallert, lasst mal ein Like da, Daumen nach oben. Ja, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Läutet die Glock. Ja, und damit wir wissen, beziehungsweise damit ihr informiert werdet. Wenn wir neue Videos was bringen. Wenn wir das übernachrichtig werden, dass wir ein neues Video haben. Genau, richtig. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Fortnite News. Fortnite Daily Shop. Mit dem Herrn Sofort und mir dem Herrn gleich. Nee, muss er, nee. Ja, das nächste Mal wieder mit mir alleine. Oh, viel Spaß. Oh, ho, ho. Bis dann. Und tschüss. Ciao.